Um die Wirkung von Todesangst zu erforschen, legt MK-Ultra seine Patienten tagelang in Wassertags. Um die Kranken umzuprogrammieren, spielt er ihnen stundenlang Befehle aus endlosen Tonbändern vor. Du schiebst Panik, dein Herz erfüllt voller Mut und Zornig. Fick ich deine Mutter an allen Kreißsaal bei der Geburt, deine Sohn und ich knöbel den Bengel mit der Nachgeburt. Danach folgt die Häutung und das Wort, keine Regel bekommt direkt ne neue Bedeutung. Ich bin Menschenverachtender als die Agentur, für Arbeit und Schleudern das Ding durch den Raum, bis die Nadelschnur abreißt. Ich mach Babybrei und gebe deiner Mom den Pürierstab und der Zwilling wird zur Piper, nachdem ich ihn damit vergührt hab. Du nennst das krank und eine übertriebene Reaktion, ich seh's als Geburtenkontrolle und natürliche Selektion. Das ist M zum K, verwerbbar, deine Mutter bekommt nen Herzinfarkt, dank so im Kopf mag ich aus, wie der behinderten Vogelschein Gefährt fragt. Ich habe keine Gefühle, bin kalt, aber zeige dir Penner, dass du Fächer hast. Ich brech den Arm, also Schmerzen auf einen Schlag, um sich heimlich zu Buss und zu Spach. Fähle ich mit Nervengas und Fächer, Spade, bis du mich anzeigen willst, wir haben das Gerät, aber es ist zu spät, weil ich dir gleich ein Loch in die Fresse tritt. Ich steh drauf, fangen Menschen zu schreien an, doch gegen der ist über 50 wie Treibsand. MK Ultra. Ich bin wie für Christen der Rheinland, denn ich bin kinderlieb wie Touristen in Thailand. MK Ultra ist nur der Sammelbegriff für 149 bislang aufgedeckte Einzelprojekte. Ja, check mal die Rentner, deine Grandpa und dein Grandpa, plus die Krankenfahrstühle mit den gelockerten Lenkrad, dem getürbten Motor und den festgeschraubten Brandini stark befahrene Straße und ihre doch recht tauben Hände. Scheiß auf die Ries der Rente, ich mach Kindern Angst wie Priesterhände, weil ich akribisch ihre Seelen und Knochen von den Gliedern trenne. Pro Quiz zum Dünn diverser Glühlenflächen, Minderjährige verwende und das Ganze hinterher. Dein Kindergärten nenne, apropos Kindertagesstätte. Ich stürme das Internalsgelände deiner Tochter im Sorge, dann in ihrem Zimmer für Angstzustände. Treib sie dort zur Sodomie mit Nageltieren und Hunden und lasst Nacktmol und Chihuahua ihre Vagina erkundet. Der Stacheldraht um ihren Hals wird zum fesselnden Erlebnis, dank K.O. Tropen im Dach wird sich vergessen, was geschehen ist. Wenn ich schütt, wie am Tag danach, sagen, es hat Spaß gemacht, denn sie scheint drauf zu stehen, denn ihr Intimbereich Brandblasen hat. Der Name der Geheimoperation, MK Ultra. Ich steh drauf, fangen Menschen zu schreien an. Doch gegen der ist über 50, die treibt's an. MK Ultra. Ich bin wie für Christen der Highland, denn ich bin kinderlieb wie Touristen in Thailand. Ich steh drauf, fangen Menschen zu schreien an. Doch gegen der ist über 50, die treibt's an. MK Ultra. Ich bin wie für Christen der Highland, denn ich bin kinderlieb wie Touristen in Thailand. Sie konnten mich bald nicht mehr ruhig stellen, deswegen bekam ich immer mehr und mehr Drogen. Das Licht wurde nie richtig angeschaltet, wir lagen ständig im Halbdunkel. Wenig später kamen dann die Elektroschocks, daran erinnere ich mich genau. Ich bin auf einer Liege festgeschnallt, mit einer Infusionsnadel im Arm. Als ich aufwache, bin ich völlig verwirrt und habe rösende Kopfschneizen. Genau weiß ich nicht mehr, wie viele Elektroschocks ich insgesamt bekommen habe. Aber man hat mir gesagt, es waren 26. Das sind schon einige. Ich sag mal, das reicht völlig aus, um ein Gehirn zu backen. Ich steh drauf, fangen Menschen zu schreien an. Doch gegen der ist über 50, die treibt's an. MK Ultra. Ich bin wie für Christen der Highland, denn ich bin kinderlieb wie Touristen in Thailand. Ich steh drauf, fangen Menschen zu schreien an. Doch gegen der ist über 50, die treibt's an. MK Ultra. Ich bin wie für Christen der Highland, denn ich bin kinderlieb wie Touristen in Thailand. MK Ultra hat für immer unser Vertrauen in die Ärzte und die moderne Medizin zerstört. Am Ende bleibt uns nur die Gewissheit. Je weiter wir vom letzten MK Ultra Programm entfernt sind, desto näher ist das Nächste. Das Nächste. Das Nächste. Das Nächste. Das Nächste.